Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserer Bundestrainerin Martina Vosteglenburg und unserem sportlichen Leiter Nationalmannschaften Jotti Schatzi-Alexio. Martina, zwei Tage nach dem vorzeitigen Ausscheiden. Nimm uns gerne mal mit, welche Eindrücke hast du, was beschäftigt dich aktuell? Ja, erstmal guten Morgen. Die Eindrücke sind natürlich so, dass direkt nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel, jeder erstmal so ein bisschen mit sich zu tun hatte, mit dem, ja erstmal auch ein bisschen Schockzustand umzugehen, mit den Gefühlen, mit den Emotionen umzugehen, ist ja ganz klar. Und dann habe ich das so erlebt, dass natürlich schon die ersten Gespräche untereinander stattfinden und man sich natürlich versucht gegenseitig auch so ein bisschen zu helfen in dem Verarbeitungsprozess eben schon ranzugehen. Und was ich auch nochmal gerne in der Öffentlichkeit sagen möchte, ist, dass wirklich das Gefühl von den Fans, von den Menschen, die das jetzt erlebt haben, hier unheimlich viel positiver Support kam, sehr viel Klarheit, sehr viel positive Emotionen und Rückmeldungen, vieles natürlich so in die Richtung, aus Niederlagen gestärkt hervorzugehen, Dinge eben sauber zu analysieren, akribisch aufzuarbeiten. Und erlebe jetzt auch die Spielerinnen wirklich im Miteinander, haben sich sehr gut ausgetauscht, auch gestern Abend nochmal. Und von daher gehört das jetzt dazu, dass man eben nach so einem Misserfolg oder nach so einer Niederlage, die wir uns dann eben auch anders vorgestellt haben, genau in diese Prozesse reingeht. Jotti, wie erlebst du aktuell die Mannschaft? Und vielleicht kannst du uns auch schon mal skizzieren, wie die nächsten Schritte in Deutschland aussehen werden. Also ich sehe eine sehr gefestigte Mannschaft jetzt nach zwei Tagen, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich nach der ersten Enttäuschung und der Leere habe ich gestern auch in vielen Gesprächen mit einzelnen Spielern eine gute Grundhaltung erkannt, dass sie sehr selbstkritisch auch mit sich umgegangen sind, aber auch mit dem Willen, wieder nach vorne zu blicken und gemeinsam das Ruder umzureißen. Das ist sehr erfreulich, wenn man das spürt, weil das zeigt auch, welcher Geist in dieser Mannschaft steckt, auch nach einer Niederlage. Die Schritte für uns sind so, dass wir, ich habe gestern noch viele Gespräche geführt, auch mit einzelnen Menschen aus dem Funktionsteam, aber vor allen Dingen auch mit Spielerinnen, da die Abreisen jetzt heute auch von vielen geplant sind. Und wir werden uns jetzt in den kommenden Wochen auch zusammensetzen. Wir haben gesagt, dass wir eine umfangreiche Analyse starten werden. Ich möchte aber jedem einfach noch mal ein paar Tage Zeit geben, auch in Deutschland runterzukommen, sich zu sammeln. Und dann werden wir gemeinsam an unserem Campus die Köpfe zusammenstecken und auch dieses Turnier zurückblickend analysieren und schauen, wie wir und welche Schritte für die Zukunft benötigen, um sowas zu vermeiden. Eure, Ihre Fragen bitte. Ulrike John. Hallo in die Runde. Frau Forst-Tetlenburg, das klingt jetzt alles so ein bisschen wie weiter so irgendwie. Natürlich kann man viele unglückliche Momente auch nach diesem Turnier festmachen, aber wie sieht die Qualitätsfrage einfach aus? Haben Sie das Gefühl, dass der deutsche Frauenfußball die Qualität immer noch hat, um überhaupt international da künftig mit vorne mitzuspielen? Ja, natürlich habe ich das. Und das klingt auch nicht so nach weiter so, sondern wir haben jetzt mehrfach betont, wenn es noch mehrfach betont, wahrscheinlich heute noch zehnmal, dass wir das aufarbeiten, dass wir immer sachlich mit den Dingen umgehen. Das haben wir im Erfolgsfall genauso getan. Wir haben uns nach der EM in England auch zusammengesetzt als Trainerteam mit allen Beteiligten, mit den wichtigen Informationen aus dem Funktionsteam und haben da genauso die Dinge angeschaut, die sehr, sehr gut waren, die Prozesse, die gut waren, aber auch da, wo immer Optimierungsbedarf ist. Und das werden wir jetzt genauso tun. Und deshalb sind wir weit davon entfernt, zu sagen, mit einem Weiter so, das machen wir nie. Wir versuchen immer, Dinge anzuschieben, uns zu hinterfragen und die nächsten gemeinschaftlichen Schritte zu gehen, weil es eine permanente Entwicklung ist und auch ein permanenter Auftrag ist. Und wenn man in ein Turnier reingeht und setzt sich hohe Ziele, dann kann man sicherlich auch tief fallen, das ist ganz klar. Wir sind nach der EM als Vize-Europameisterin hier angereist. Und ich weiß nicht, was es dann ausgelöst hätte, nicht zu formulieren, dass wir natürlich hier zum Turnier hinfahren und auch um den Titel mitspielen wollen. Manchmal gelingt dir das besser. Wir können jetzt viele Gründe heranziehen. Die gehören auch dazu zur Analyse und das werden wir auch tun. Das werden wir, wie immer, mit allen Facetten, die dazugehören, mit Prozessen, die wir gemacht haben, mit Entscheidungen, die wir gemacht haben, und auch mit der Fragestellung, war dann die Entscheidung so, wie sie sein muss, beziehungsweise wie kann ein Entscheidungsprozess dann auch eben mit der Erfahrung, die man jetzt wieder gemacht hat, anders ausfallen. Und das ist unsere Aufgabe, der wir uns permanent stellen und der stellen wir uns unabhängig von den Ergebnissen, sondern wir versuchen da das Gesamte zu sehen, mit allem, was dazugehört, in Verbindung mit unserer Ausbildung im DFB, in Verbindung mit der Zusammenarbeit der Vereine, in Verbindung mit der Zusammenarbeit der Spielerinnen, mit Zugriff, was haben wir für Möglichkeiten, wo müssen wir in Ausbildungsthemen reingehen, wo können wir aber auch Themen vielleicht nicht direkt und unmittelbar beeinflussen. Und das tun wir leidenschaftlich, das tun wir intensiv. Ich kann nur nochmal sagen, dass alle, die hier waren, 24 Stunden gearbeitet haben, sich wenig Pausen genommen haben, alles versucht haben, um am Ende auch eine sportliche Leistung in den Rahmenbedingungen sichern zu können. und dann gelingt das manchmal und diesmal ist es eben nicht gelungen. Es hat an Details zum Teil auch gelegen und ich habe immer schon gesagt, dass ich in der Bewertung von Themen nicht nur am Ende auf ein Spielergebnis gucken darf, weil wenn der eine Ball reingeht und der andere Ball nicht, dann haben wir grundsätzlich im Fußball leider immer eine andere Diskussion und das haben wir auch noch nie getan und da werden wir bei uns bleiben und werden das sauber aufarbeiten. Frank Hellmann. Ja, Martina Jotti, muss ich aber doch mal etwas kritischer einhaken. Ich schätze euch ja beide auch für eure fundierten Analysen, aber meine Wahrnehmung ist einfach eine völlig andere und auch von vielen Kollegen und wir haben ja auch Gespräche geführt. Die BILD berichtet heute über Risse in der Mannschaft. Mir wird auch zugetragen, dass es Unzufriedenheit gibt, vielleicht auch über die Vorgaben, die kommen, vielleicht auch zu wenig Vorgaben. Was ist da dran? Weil man kann ja nicht diesen Auftritt gegen Südkorea, der aus meiner Sicht planlos und ideenlos war, schönreden und das irgendwie mit Pech zu erklären, weil Poppy jetzt nicht ins Tor geköpft hat oder im Abseits stand. Das scheint ja mehr im Argen zu sein. Oder ist das, was jetzt berichtet wird, irgendwie alles völlig falsch? Also planlos war es aus meiner Sicht nicht. Natürlich ist es so und die Frage werden wir uns stellen. Wir sind vielleicht von unserem Spiel etwas berechenbar, weil Poppy einfach für uns eine ganz entscheidende Spielerin ist, eine Unterschiedsspielerin in unserem Spiel. und da muss man auch Respekt zollen, dass die Südkoreaner und auch das Trainerteam das gut analysiert haben. Deswegen hatten wir vielleicht auch nicht die Durchschlagskraft, die wir uns gewünscht haben in dem Spiel. Auch über die Außenposition zu kommen, die Box doppelt zu besetzen mit Lea und Poppy. Also die Ideen waren da, die Umsetzung und auch die Trainingseinheiten haben genau daraufhin abgezielt. Und zu den Rissen, die jetzt beschrieben werden, die haben wir gestern auch mitbekommen. Da hat uns Sonja drüber informiert. Und ich habe direkt gemeinsam mit Martina den Spielerrat zusammengeholt. Wir haben die Spielerinnen auch darauf angesprochen, weil wir einfach eine Feedbackkultur und auch Fehlerkultur bei uns leben möchten. und da auch ganz gezielt nach dieser Thematik gefragt haben. Und aus dem Mannschaftskreis wurde uns gegenüber so etwas nicht übermittelt. Und das sind unsere Ansprechpartnerinnen. Und wenn die Informationen bei wem auch immer anders ankommen, dann ist es so. Ich kann nur das sagen, was wir jetzt im Moment gehört und besprochen haben. Und für mich wird es in den nächsten Tagen auch so sein. Und das habe ich auch den Spielerinnen angekündigt, dass ich mich mit mehreren Spielerinnen auch im 1 zu 1 nochmal austauschen werde, um einfach nicht nach Ausreden zu suchen, wieso wir ausgeschieden sind, sondern nach Gründen zu suchen, wieso die Leistung vielleicht dann nicht auf den Platz gebracht wurde, wie sich das die Spielerinnen vorstellen und wie wir uns das vorstellen. Und das gehört gemeinsam aufgearbeitet. Und das werden wir auch dann die nächsten Tage tun. Ja, Bayuti hat ja alles dazu gesagt. Also, wir sprechen mit den Spielerinnen. Wir haben das hier während des Turniers nicht erlebt. Wir sprechen täglich mit den Spielerinnen, mit den Jungen, mit den Älteren, mit dem Mannschaftsrat. Und wenn wir Risse vorher erlebt hätten, und das haben wir zum Beispiel ja nach der WM 2.19 auch angesprochen, da sind die Spielerinnen ja auch auf uns zugekommen und wir haben uns dem gestellt, immer selbstkritisch und in meiner Wahrnehmung offen und ehrlich. Und mehr können wir ja nicht tun. Also, ich kann nur nochmal sagen, ich habe vollstes Vertrauen in die Spielerinnen und ich habe auch vollstes Vertrauen in die Ehrlichkeit der Spielerinnen und habe auch den Anspruch, wenn hier irgendwas in der Vorbereitung oder im Vorfeld mal nicht läuft, dass wir darüber sprechen, das tun wir. Und wir versuchen dann auch jedes Mal auf die Dinge dann auch einzugehen. Wir gehen in unsere Verantwortlichkeiten, da wo wir Dinge vorgeben als Trainerteam, was wir ja auch tun müssen, da geben wir sie vor. Und da wo wir in den Dialog und in die Kommunikation mit den Spielerinnen und Dinge optimieren können, da machen wir das. Wir haben immer schon gerade unsere Führungsspielerinnen in unsere Themen, in unsere Prozesse mit einbezogen. Das geht hin über sportliche Themen, bis hin über strukturelle Themen, bis hin über organisatorische Themen. Und wenn dann einer sagen will, da gibt es Risse oder gibt es keine Kommunikation oder gibt es kein Vertrauen, dann kann man das tun. Aber wir haben das in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren nicht so erlebt. Martina Knief. Danke. Martina, ich würde nochmal nachfragen, also Analyse in Deutschland, aber so eine kurzfristige Analyse, gerade nach dem Kolumbienspiel habt ihr gesagt, so Mut, Wille, Durchsetzungsfähigkeit, dass das so fehlt, um den Schritt Richtung Achtelfinale, vielleicht sogar zur Weltspitze zu machen. Wie kriegt man das wieder? Und ich würde eine zweite kleine Frage gerne hinten anschließen. Bleibst du hier, guckst du dir die WM noch zu Ende an oder fliegst du auch nach Hause? Also zur ersten Frage, ich glaube, das geht nur über Erfahrungen. Also diese Erfahrungen jetzt auch zu machen und dann auch für sich mit diesem Prozess, warum bin ich unter bestimmten Situationen vielleicht nicht in der Lage, meine optimale Leistung zu bringen. Das ist ja etwas, was man lernen muss in einem Prozess, in einer WM, in einem Turnier, unter einer Extremsituation. Und das war ja so. Also uns war klar, wir müssen dieses Spiel gewinnen, wenn wir sicher weiterkommen wollen. Dann löst das was aus. Und das spielt sich ja eher im Unterbewusstsein ab. Und das gehört auch zu einem Aufarbeitungsprozess dazu, dort auch eine Reflexion zu bekommen. Und da versuchen dann auch zu unterstützen. Das sind mehrere Themen. Das ist die mentale Stärke. Das sind die Skills, die ich am Ende bringen muss. Das sind die Alternativen, wie ich, wenn bestimmte Dinge auf dem Platz nicht funktionieren, auch andere Optionen bekomme. Das ist das, was wir tagtäglich tun. Das ist das, wo wir mit jeder einzelnen Spielerin in die Individualanalyse gehen, in die Mannschaftstaktische Analyse gehen, um eben auch, und das tun wir übrigens auch nach einem sehr guten Spiel, oder nach einem guten Spiel anzuschauen, wie können wir denn da eben auch die nächsten Schritte individuell machen, wenn der Gegner vielleicht bestimmte Dinge nicht zulässt. Was sind die Alternativen dazu? Und da gibt es eben nicht nur den Plan A, da gibt es den Plan A und Plan B und Plan C, aber das muss in die Umsetzung kommen. Und Umgang mit Druck, etwas verlieren zu können, löst eben nun mal was aus. Und wenn wir einen hohen Anspruch formulieren, dann ist es auch etwas, was eine mentale Situation bedingt. Jetzt können wir ja das Ding umdrehen und sagen, okay, dann schrauben wir unseren Anspruch total nach unten, werden demnächst nur noch niedrige Ziele formulieren, um vielleicht Druck zu nehmen, um das umzukehren. Ja, wenn das ein Lösungsansatz ist, muss man drüber sprechen, muss man drüber nachdenken. Aber das hat nach der jetzigen sportlichen Situation und mit dem, wo wir in der Lage waren, ja auch Dinge zu zeigen, natürlich nicht zusammengepasst. Also wer hätte uns denn glaubwürdig jetzt angenommen, wenn wir in diese WM gefahren wären, hätten wir gesagt, ja, wir gucken mal in der Gruppe, ob wir das jetzt hier überstehen und wir hoffen dann mal ins Achtelfinale zu kommen. Also das wäre ja auch nicht realistisch gewesen. Von daher sage ich nochmal, das sind jetzt auch Prozesse, die wir gemeinsam durchleben, wo wir daraus lernen müssen, wo wir die nächsten Schritte gehen wollen und alles versuchen werden, um das auch zu schaffen. Das ist unser Auftrag, das ist teils unseres Jobs und da werden wir hartnäckig bleiben und werden versuchen, da einfach besser zu werden. Und diese Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, die hart sind, aber nur die Erfahrungen bringen dich normalerweise weiter im Sport und auch im Leben, das für uns zu nutzen und für die Zukunft dann wieder bessere Leistungen zu bringen und auch besser mit Drucksituationen umgehen zu können. Und zur zweiten Frage, ich werde morgen nach Hause fliegen, weil wir, wie gesagt, natürlich auch uns dann auch zusammensetzen werden. Wir haben Termine schon bestimmt, wo wir uns dann mit dem Trainerinnen-Team und mit der sportlichen Leitung zusammensetzen, um dann alle Themen, die wir jetzt für uns herauskristallisiert haben, herausgenommen haben, dann auch aufarbeiten zu können. Jana Lange. Ja, Frage an beide vielleicht, wenn ihr möchtet. Wenn wir jetzt gerade so viel über Druck gesprochen haben, jetzt hat man nicht viel Zeit und dann steht diese Olympia-Quali quasi direkt vor der Tür. Wie wichtig wäre euch das, dass das gelingt, auch wenn es sehr schwierig ist, eins von diesen zwei Tickets zu bekommen in dieser Nations League oder geht der Blick vielleicht schon ein Turnier weiter, weil das auch das Turnier ist, was sozusagen mehr Strahlkraft hat, mehr Aufmerksamkeit für euch erzielt? Also ich habe selber schon olympische Spiele miterlebt, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Das ist ein großes Turnier. Das ist wundervoll, mit vielen anderen Sportlern in einen Wettkampf zu steigen, der eine ganz besondere Bedeutung hat. Von daher wird das mit Sicherheit jetzt auch eine Zielsetzung sein, weil ich finde es einfach wichtig, dass wir den Blick dann auch nach der Analyse wieder nach vorne richten und einfach auch zeigen, dass wir diese Schmach hier wegmachen können. Von daher wird das mit Sicherheit ein Ziel sein, das zu fokussieren. Es wird dann so sein, dass in der Nations League es so ist, dass jedes Spiel zählt. Auch da wird es dann schwer sein, diese Balance zu finden, die wir tatsächlich auch sehr, sehr bewusst im Vorfeld getroffen hatten, also jetzt auch in der Vorbereitungszeit. Da meine ich nicht das Trainingslager, sondern ich meine die Spiele davor, wo wir wirklich auch teilweise Spielerinnen geschont haben, weil wir einfach die Spielerinnen in den Mittelpunkt setzen, weil wir wussten, dass wir eine harte EM hatten, dass eine harte Saison auf die Spielerinnen wartet und entsprechend geschaut haben, dass wir auch mit den Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft vernünftig umgehen. Das kann sein, dass wir das auch in unsere Analyse mit reinnehmen und sagen, dass wir vielleicht dann auch zum Thema eingespielt haben, zum Thema Fokus, auch Richtung Nationalmannschaft, möglicherweise umdenken. Aber das sind Themen, die wir natürlich dann auch in den nächsten Wochen besprechen werden. Anadrea. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Druck zurückkommen, weil ich das ganz ehrlich gemeint sehr faszinierend finde, dass eine Mannschaft, die bei der EM gefühlt eher aufgeblüht ist in dem Druck und ich hatte das Gefühl, sozusagen neues Selbstbewusstsein auch aus dem Druck rausziehen konnte, jetzt das nicht geschafft hat, obwohl die Spielerinnen Erfahrung damit haben. Hat sich das schon vorher angedeutet? Hattet ihr das schon im Gefühl? Und gibt es eine Erklärung dafür? Also ich war ja noch nie in der Position, so ein Turnier zu spielen, aber man fragt sich ja, wie sich innerhalb eines Jahres das der Umgang mit Druck so verändern kann. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, das geht innerhalb eines Jahres oder ob es wirklich dann eben diese punktuellen Situationen sind. Das ist auch schwierig. Ich glaube, da gibt es auch nicht auf jede Frage da die richtige Antwort, sondern das ist genau das, was wir ja auch mit den Spielerinnen machen, da zu versuchen herauszufinden, was war es denn? Was fehlt da? Was hat dir? Oder was löst es bei dir aus? Oder was macht das mit dir? Und dann ist es so, dass jede da für sich in diesen Prozess eben auch reingehen muss und die Verantwortlichkeit da auch für sich nehmen muss. Bei der einen ist es vielleicht noch mehr Coaching, bei der anderen ist es einfach die Erfahrung, einfach die Erfahrung damit. Also niemand ersetzt dir Turniererfahrung, das ist einfach Fakt. Niemand ersetzt dir im Sport, egal wo du bist, diese großen Momente. Und dann ist es doch auch völlig menschlich und klar, dass du aus diesen Situationen einfach deine Erfahrungen sammeln musst, die reflektieren musst und die mitnehmen musst, um daran zu wachsen. Das ist der Prozess, den jeder mitmacht. Es gibt Ausnahmen, es gibt Typen, die das nicht brauchen. Das sind unsere Ausnahme, Sportlerinnen in dieser Welt und Sportler, die haben das, die haben das in sich. Das sind sicherlich auch Momente, die im Charakter liegen, die darin liegen, wie bin ich groß geworden, was kann ich ab, wie weit bin ich schon in dem, was ist mir egal, was ist mir nicht egal, was machen bestimmte Situationen mit dir. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt, da eben auch neben dem sportlichen sicheren Rahmen auch einen mentalen sicheren Rahmen zu finden. Aber das ist so individuell, dass wir da ja auch Kompetenz für haben. Da maße ich mir auch nicht an, da die Antworten drauf geben zu können, sondern genau deshalb haben wir erfahrene Leute bei uns im Team, die da versuchen zu helfen. Aber am Ende ist das immer ein individueller Prozess, der uns ja auch hilft, dann zu schauen, welche Spielerin ist denn in welchem Bereich dann tatsächlich schon so weit, damit umzugehen. Und das siehst du dann erst im Ergebnis, das siehst du nicht vorher. Und wir stellen nach bestem Wissen und Gewissen auf, wir treffen unsere Entscheidungen nach allem, nach allen Komponenten, die wir hier einbeziehen, Leistungsfähigkeit, Verletzungsstatus, Trainingsstatus, wer kann was, wie leisten. Da gab es ja auch viel Kritik jetzt von außen, warum spielt die nicht, warum spielt die nicht. Ich könnte jetzt auf jede einzelne Position und Frage könnte ich eingehen, dann können wir hier sehr lange sitzen, machen wir aber auch nicht, weil das gehört auch zum internen Aufarbeitungsprozess dazu. Aber es gibt für jede Entscheidung Parameter, die wir ja heranziehen, weil die machen wir nicht einfach so, die Entscheidungen. Und von daher kann ich eben ein Beispiel nennen, weil es auch aufgekommen ist mit Sidney Lohmann. Sidney Lohmann war auch erst im dritten Spiel aus der ganzen Situation, aus der sie kommt, fähig, 30 Minuten oder 45 Minuten maximal zu spielen. Das ist ein Status quo, den wir immer wieder in unserer Arbeit berücksichtigen müssen, wo wir nach bestem Wissen Gewissen handeln. Ich stelle mich auch hier nochmal und sage ganz klar, ich würde wieder die Entscheidung bei Julia Gwyn treffen, weil ich einfach eine Trainerin bin, die das große Ganze sieht, die eine Spielerin ins Zentrum stellt, die eine Spielerin nicht verheizt. Ich möchte nicht die Stimmen hören, wenn Julia Gwyn sich einen dritten Kreuzbandriss holt, wie egoistisch das ist und von daher würde ich diese Entscheidung immer wieder so treffen. Da kann man mich für kritisieren, das nehme ich auch an, aber ich bleibe da bei mir und bleibe bei meiner Entscheidung, die ich als Verantwortliche in dem Fall treffe und das tun wir bei jeder anderen Entscheidung im Sport und außerhalb des Sportes immer. Mark Heinrich. Ja Martina, Sie haben vor zwei Tagen abends gesagt, Sie brauchen ein bisschen Zeit, als Sie auf Ihre eigene Position angesprochen wurden, wie es weitergeht und kurz danach hat Ihr Mann gesagt, die Martina ist eine Kämpferin, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zurücktritt oder sie tritt nicht zurück. Wissen Sie jetzt schon für sich, wie es weitergeht? Sie klingen eben so, hartnäckig bleiben, es geht für Sie weiter. Oder ist das meine Interpretation? Ja, das ist ja immer eine Interpretationsfrage, wenn andere Menschen was sagen, es ist ja immer Sender- und Empfängerthema. Ja, ich bleibe hartnäckig und ich bleibe stark. Christopher Klein. Ich würde gerne an Sie beide jeweils eine Frage stellen, Frau Bundestrainerin. Die erste Frage, es gibt ja nicht nur die deutsche Enttäuschung bei dieser WM, auch andere große Nationen in Gänsefüßchen sind raus mit Brasilien und Kanada. Sehen Sie übergeordnet eine Erklärung, warum mehrere große gestrauchelt sind oder sind das immer individuelle Themen? Und an Joti Schatzialexio, die Nations League wurde angesprochen, sieben Wochen sind es, glaube ich, nur. Können Sie einen ungefähren Zeithorizont nennen, wann in Deutschland personelle oder auch inhaltliche Entscheidungen getroffen werden? Also zum ersten Punkt muss ich mich jetzt auch wiederholen von dem, was wir schon die ganze Zeit sagen. Der internationale Frauenfußball entwickelt sich permanent weiter. Die Nationen investieren sehr, sehr viel, nutzen die ganze Entwicklung, die ja von oben nach unten getragen wird, von der FIFA angefangen über Veränderungen der Turniere, mehr Mannschaften, mehr Wahrnehmung, mehr Sichtbarkeit, mehr Vermarktung, mehr Medien etc. pp. Und dann arbeitest du natürlich auch anders, weil du eine andere Basis hast und weil du natürlich auch eine Riesenschance darin siehst, dich in diesen Möglichkeiten dann auch zu präsentieren, zu entwickeln. Und wir haben ja auch viel internationalen Kontakt und ich habe das jetzt gerade in den letzten Wochen auch sehr viel herausgehört oder hatte sehr viel Kontakt mit Menschen, die den Fußball zum Beispiel in Asien sehr, sehr gut beobachten, den Fußball in Südamerika beobachten. Und da bekomme ich von allen einfach das Feedback, dass da sehr, sehr viel passiert und von daher wussten wir, dass die Herausforderungen immer größer werden, dass es nicht mehr nur die einzelnen großen Nationen gibt, die aus der Historie gewachsen sind, sondern es gibt immer, immer mehr Nationen und das zeigt sich ja gerade hier. Das hat sich vom ersten Gruppenspiel angezeigt. Das wird sich vielleicht jetzt auch nochmal in der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Spiel in der K.O.-Phase zeigen. und das ist für die gesamte Entwicklung des Fußballs genau das, was großartig ist und was auch eine Bestätigung dessen ist, wo alle Nationen investieren. Zurückfrage, wir werden, wie gesagt, morgen zurückfliegen, dann hat jeder Zeit, ein bisschen zu Hause runterzukommen und wir werden zeitnah in den nächsten zwei, drei Wochen zusammenkommen und genau über die Themen sprechen. Lisa Derüttel. Ja Martina, du hast gerade schon erklärt, dass du hinter deinen Entscheidungen stehst, Stichwort Julia zum Beispiel. Gibt es denn aber auch Entscheidungen jetzt im Turnierverlauf, von der man rückblickend sagt, da hätte ich es vielleicht anders machen müssen? Ja, die gibt es ja immer, die gehören doch auch dazu. Also ist doch völlig klar, es wäre doch überhaupt nicht richtig und auch nicht in der Auseinandersetzung richtig, die Entscheidung nicht dann zu hinterfragen. Was du nur im Fußball nicht bekommst, ist eine Antwort darauf. Also wenn ich jetzt eine andere Entscheidung im Spiel treffe, dann weiß ich nicht, ob die andere Entscheidung besser gegriffen hätte. Deshalb muss ich ja zu meiner Entscheidung stehen und habe da ja auch immer eine Erklärung für, wie ich zu dieser Entscheidung komme. Aber ich kann dir nicht sagen, wenn ich jetzt eine andere Entscheidung getroffen hätte, ob es das Ergebnis verändert hätte. Ich kann nur, wenn ich in diese Entscheidung gehe und wenn ich dann auch gefragt werde und auch in die Kommunikation mit den Spielerinnen gehe, zu sagen, warum wir eine Entscheidung getroffen haben und die ist ja immer für eine Situation, für eine Person. Sie geht nie gegen eine Person und wenn die dann nicht greift, ja natürlich ist das dann so, dass man sagen könnte, ja hätte es anders machen müssen, hätte dann vielleicht besser funktioniert und das gehört auch dazu und das ist doch auch etwas, was zum Aufarbeitungsprozess oder auch zu einem Entwicklungsprozess dazugehört, weil wenn es dann eine ähnliche Situation in einem neuen Moment gibt, dann kommst du vielleicht genau mit dieser Erfahrung zu einer anderen Entscheidung und triffst die, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Jessica Mattischer. Da würde ich ganz gerne noch mal eine Nachfrage stellen, Thema Entscheidung, rückblickend, war Jung die richtige Entscheidung oder sagt man, wir sind jetzt doch ein bisschen zu früh gekommen, wir waren jetzt doch ein bisschen weiter außerhalb, anders wäre es besser gewesen? Auch da ist ganz wichtig, reinzuhorchen, wie sich die Mannschaft natürlich gefühlt hat, zu früh angekommen, nein, weil mit der Herausforderung hier ein Turnier zu spielen, mit dem Wissen, wir müssen uns anpassen, der Körper muss sich anpassen, wir haben eine Jetlag Problematik, wir können nur dann erst in bestimmte Trainingssequenzen mit der entsprechenden Intensität, mit den entsprechenden Themen, die wir auch noch umsetzen wollen, dann auch wirklich vernünftig hier arbeiten, gab es dazu, zumindest aus meiner Wahrnehmung, keine Alternative, auch da haben wir unsere Experten gefragt, wir haben uns andere Nationen angehört, wie macht ihr das, wenn ihr zu Turnieren fahrt, die sehr, sehr weit weg sind und da haben wir einfach diesen Tenor bekommen, dass du entsprechend früh hier sein musst. Zu Vaillon kann ich auch nur noch mal sagen, wir haben nach der Auslosung acht Tage lang hier verbracht, wir haben uns alles angeschaut, alles, wir haben akribisch alles aufgeschrieben, wir haben uns alles angeschaut, wir haben abgewogen zwischen, was gibt uns da einen Vorteil, was ist dort ein Vorteil, was ist danach ein Nachteil, wo haben wir da Dinge, die wahrscheinlich einfacher sind, wo sind es Dinge, die dann vielleicht auch herausfordernder sind. Im Gesamtprozess haben wir uns danach hingesetzt, mit vielen Beteiligten haben das noch mal aufgearbeitet, haben noch mal andere Perspektiven reingeholt und haben am Ende dann auch dort eine Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, das, da glauben wir, das passt am besten zu uns, das sind die Prioritäten, die wir setzen wollen, mit eben einer nahen Distanz zum Trainingsplatz, mit Freiräumen im Wohnen, dass wir nicht auf langen Hotelflurs sind, dass wir nicht in großen Hotels sind, wo man eingeengt ist, wo man dunkle Zimmer hat, wo man nicht ein Fenster aufmachen kann, es geht um Schlafqualität, es geht um Regenerationsmöglichkeiten und am Ende haben wir uns dafür entschieden und für nichts anderes und von daher stehen wir auch weiter hinter dieser Entscheidung. Also es ist auch dazu gibt es ja keine Alternative, aber auch da nehmen wir unsere Fragen auf, auch da gucken wir noch mal, was ist vielleicht dann auch ein Nachteil gewesen und gibt es dann, du hast ja immer wieder eine neue Situation bei einem anderen Turnier, du kannst die Begebenheiten in der Regel nicht miteinander vergleichen, aber auch aus diesen Erfahrungen nehmen wir was mit und stellen uns natürlich auch da die Frage, ist das alles optimal, aber ich kann nur sagen, die optimale Lösung hätte es hier unter diesen Voraussetzungen zumindest nicht gegeben und dann ja auch die Frage, was ist dann optimal, also die muss man dann auch erstmal beantworten können. Vielleicht ergänzend dazu, wir haben ja auch die Spielerinnen mit ins Boot genommen, haben uns auch mit dem Mannschaftsgrad genau über diese Situation unterhalten, haben die Vor- und Nachteile abgewegt und haben dann schlussendlich auch da eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir wollen sehr bewusst raus, ich meine nicht paar Minuten weit entfernt sind die Engländer auch hier vor Ort, also die haben eine ähnliche Situation wie wir und mit all den Konstellationen war es am Ende für uns so, wenn wir dann auch viele Reisetage haben, wollten wir immer irgendwo ein Zuhause haben, wo wir zurückkommen, wo wir uns gemeinsam aufhalten können, wo wir gut regenerieren können, Martina hat es gesagt, auch gut schlafen können und wo es dann wieder in die Stadt geht. Vielleicht hat der Ort den kleinen Nachteil, dass man hier kein Kaffee oder eine Eissilo oder sonst was hat, wo man ein bisschen vielleicht auch nochmal rausgehen kann. Auf der anderen Seite bieten wir dennoch sehr viele Möglichkeiten im Hotel an und auch das war eine gemeinschaftliche Entscheidung, die wir getroffen haben und dann gibt es Spielerinnen, die vielleicht lieber das eine wollen und das andere, das ist in einem Kader von 23. Auch schwer ist allen recht zu machen, aber vom Grundsatz her auch hier ist das oder sollte es keine Ausrede sein für das ausschalten. Nein, am Ende war es nicht die falsche Entscheidung. Am Ende ist es auch so und das hatten wir auch frühzeitig sehr bewusst auch an euch kommuniziert, dass wenn es eine andere Tabellenkonstellation gibt und auch das darf man uns nicht verübeln, dass wir sehr ambitioniert denken und dass wir einen Plan A hatten und wir hatten aber auch einen Plan B. Der Plan B und den diskutiert man dann auch, wenn man vor Ort ist, wenn man gewisse Atmosphären, Stimmungen auch wahrnimmt, den haben wir dann besprochen und haben für uns auch den Schluss gefasst, dass wenn wir weitergekommen wären, es möglicherweise auch etwas flexibler und anders gehandhabt werden könnte. Das gehört auch zum Turnier, eine gewisse Flexibilität auch aufzuzeigen. Jetzt ist es gar nicht dazu gekommen, also von daher ist die Diskussion für uns hinfällig. Patrick Harlatsch. Ja, Frage an euch beide. Die EM hat ja etwas Tolles ausgelöst, den Entwicklungsprozess, Stichwort Nachhaltigkeit. Inwieweit habt ihr jetzt Befürchtungen, dass eben dieses sportliche Abschneiden auch Auswirkungen haben kann auf diesen Nachhaltigkeitsprozess im Frauenfußball? Also mein Bauchgefühl würde mir jetzt erst mal sagen, dass das nicht jetzt unmittelbaren Einfluss hat auf bestimmte Dinge, die wir angeschoben haben, weil ich spüre es zumindest so, dass die Fans und die sind ja dann diejenigen, die das auch tragen und leben, dass die eher das Gefühl haben, jetzt erst recht und noch mehr Unterstützung, noch mehr Support geben. Aber natürlich müssen wir da jetzt auch hingucken, im Erfolgsfall fallen die Dinge natürlich einfacher und dann kann man noch mehr anschieben und im Misserfolg muss man aber trotzdem, glaube ich, jetzt dann auch dabei bleiben zu gucken, wie können wir es trotzdem weiter im Großen und Ganzen unterstützen, wie gewinnen wir weiterhin Spielerinnen, Trainerinnen, wie kriegen wir die Strukturen noch verbessert in den Vereinen, wie ist die Zusammenarbeit, Juti hat es ja auch schon angesprochen, in der Thematik mit den Vereinen im Großen und Gesamt, wie ist die Unterstützung der Vereine Richtung Nationalmannschaft etc. So ein Turnier ist immer eine große Chance, auch Role Models zu bilden und Vorbilder entstehen zu lassen. Die Rückmeldungen, die wir jetzt auch nach so einem Turnier aus bekommen haben, Martina hat es gesagt, alleine ich persönlich habe sehr, sehr viele wohltuende und gut gemeinte Nachrichten auch nach einer Niederlage bekommen. Es ging vielen Spielerinnen so. Natürlich ist es bitter, weil man eine große Chance hat, aber auf der anderen Seite ist es auch so und das ist auch etwas, was mir durch den Kopf geht, wenn du dann immer wieder von der EM sprichst, von der EM sprichst. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, jedes Turnier ist anders und wir können einfach nicht das eine Turnier mit dem anderen vergleichen. Da spielen Konstitutionen, da spielen körperliche Befindlichkeiten, emotionale Befindlichkeiten eine Rolle, die dann bei jeder Spielerin unterschiedlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt sein können, je nachdem auch, wie eine Saison gelaufen ist. Und von daher immer wieder auf die EM zu gehen, führt auch dazu, dass man möglicherweise, weil wir vorhin über Druck gesprochen haben, wir einfach unbefangen waren, als wir in die Europameisterschaft reingegangen sind, weil keiner mit uns gerechnet hat. Und jetzt möglicherweise auch tatsächlich dieser Fokus auf die Mannschaften anderer war. Aber das ist auch ein Umgang, den wir lernen müssen und mit dem wir umgehen müssen. Und das wollen wir und müssen wir dann auch für die nächsten Turniere zeigen. Eine Frage geht an Martina. Du bist ja bekannt für deine People-Skills, deine soziale Kompetenz. Gab es da Momente während der WM, wo du das Gefühl hattest, dass du zum Beispiel einige Spielerinnen oder die Mannschaft nicht erreichen konntest? Nein, die gab es nicht. Also unsere Prozesse in der Teamanalyse, in der Trainingsvorbereitung, in der Gegnervorstellung, in der Vorstellung der Keyplayer, der Gegner, in der Vorbereitung einzelner Spielerinnen, die ist genauso wie immer gewesen. Die ist sehr akribisch, die ist sehr intensiv. Wir fragen wirklich permanent nach, die Spielerinnen, ob sie noch was brauchen, ob sie von uns was brauchen, auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben ja unterschiedliche Charaktere und Typen im Trainerinnenteam und sind da sehr, sehr nah dran an den Spielerinnen. Und das geht nicht nur auf sportsachliche Themen, sondern das geht auch darum, ob sie mentale Unterstützung brauchen, ob es irgendwo noch ein Vertrauensthema gibt. Gerade dann, wenn es nicht läuft, hinzugehen, sich hinzustellen, auch von unserer Seite und diese Frage zu stellen. Und von daher habe ich keinen Moment erlebt, wo ich das Gefühl hatte, die Spielerinnen hören jetzt nicht zu oder sind nicht aufmerksam oder wollen nicht in die Wahrnehmung oder sind nicht auch überzeugt davon. Wir fragen ja auch danach, gibt es noch Themen, die wir noch mal auf dem Platz bearbeiten müssen, weil vielleicht das eine oder andere nicht klar ist. Wir haben ein Playbook, wir haben alles hinterlegt, wir haben alles visualisiert. Da kann ich nur noch mal auch dem Analyse-Team, dem ganzen Trainerteam ein riesen Kompliment aussprechen. Das kenne ich auch aus meiner Erfahrung ganz, ganz anders. Das ist wirklich so, dass da ganz viel an Informationen, an Detailarbeit dahinter steckt, weil wir eben versuchen möchten, der Spielerinnen den möglichst sichersten Raum auch zu geben, dass sie eben, dass das Verständnis eben da ist. Mehr können wir nicht tun. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die Spielerinnen dann auch manchmal von alleine kommt, wenn sie vielleicht noch irgendwo was braucht. Aber wir stellen immer diese Frage und das tagtäglich. Barbara Barkhausen. Eine Frage, Martina. Ich weiß nicht, wie viel an euch das bewusst ist, dass ja Australien nicht so eine Fußballnation ist. Sie ist ja Rugby und Cricket eigentlich die Priorität bei den Leuten. Aber diese WM hat ja nun einiges ausgelöst und eine enorme Begeisterung auch für den Frauenfußball ausgelöst. Wie empfindet ihr das, was ihr da jetzt geleistet habt, auch an Pionierarbeit, auch wenn es für euch persönlich enttäuschend war? Aber ich glaube, für den Frauenfußball an sich ist es ein großer Erfolg. Und auch die Dramatik, dass jetzt Teams wie Deutschland oder Brasilien rausfallen, hat natürlich auch für die Begeisterung hier im Land gesorgt, auch wenn es jetzt für uns persönlich natürlich traurig ist. Ja, kann ich nur zustimmen. Also das, was in den Stadien war, das habt ihr selber alles erlebt und gespürt, wie da die Stimmung, die Atmosphäre war. Also so ein Spiel wie zum Beispiel gegen Kolumbien habe ich in der Kulisse, in der Art und Weise, in der Intensität auch ganz, 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 ganz selten erlebt. Und von daher, ja, auf jeden Fall. Also genau das ist rübergekommen. Also unabhängig jetzt mal von dem sportlichen Ergebnis gibt es, glaube ich, auch hier den nächsten Gewinner. Und das ist der Gewinner Frauenfußball, Frauen im Fußball, sportliche Leistungen, Attraktivität der Spiele, überraschende Ergebnisse und Veränderungsprozesse, die hier sichtbar werden. Und das geschieht sonst nur im Kleinen. Deshalb ist vielleicht auch der eine oder andere überrascht, dass es eben zu diesen Themen kommt, weil hier die Sichtbarkeit möglich ist. Und von daher, ja, ist das der große Gewinner sicherlich auch für die Zukunft. Ulrike John. Frau Vost-Teglenburg, wie wird denn diese Geschichte mit dem FC Bayern noch aufgearbeitet, beziehungsweise aus der Welt vor uns geräumt? Ich gehe mal nicht davon aus, dass das unmittelbar alles vor der WM noch geschehen konnte in der Vorbereitung. Und die zweite Frage, was sagen Sie jetzt zu dem Vorfinder, zumindest vorgehaltener Hand, dass die Spielerinnen von Wolfsburg bevorzugt werden? Also die Frage ging an mich, aber vielleicht wieder ergänzen. Ja, zu dem Vereinsthema würde ich vielleicht gerne was sagen. Das sind Themen, die wir auch mit dem FC Bayern besprochen haben. Ich will jetzt nicht von einer alten Kamelle sprechen. Natürlich hat das Einfluss genommen auf unsere Vorbereitung. Das sind Themen, die haben wir öffentlich gemacht, weil es in dem Moment einfach wichtig war, dort auch diese Thematik zu diskutieren. Schlussendlich, und das ist die Quintessenz, die wir rausziehen und das ist auch ein Appell Richtung die Vereine. Schlussendlich ist es so, du musst gemeinsam arbeiten, um eine starke Nationalmannschaft zu haben. Wir haben eine gewisse Abhängigkeit auch von den Vereinen und da geht es um vertrautes Miteinander. Und das ist, glaube ich, in so einer Situation sehr, sehr entscheidend. Ob das schlussendlich dann auch ein Faktor unseres Ausscheidens war, will ich gar nicht hier zur Diskussion bringen. Es ist ein Faktor, über den wir gesprochen haben und das ist ein Faktor für die Zukunft, dass wir einfach Hand in Hand arbeiten müssen, weil wir sonst keinen Erfolg für die Nationalmannschaft auch in der Form garantieren können. Und bei dem Auswahlprozess, wenn es dann auch eine Bevorzugung gibt oder geht, jetzt hat Wolfsburg das Champions-League-Finale erreicht. Also so abwegig ist es ja nicht, dass dort auch viele gute Spielerinnen sind und im Kader von Wolfsburg sind. Und ich wüsste nicht, was wir davon haben, wenn wir uns nur von einem Verein bedienen. Im Gegenteil, die Auswahlprozesse, die Nominierungsprozesse, die werden ja dann auch unqualifiziert teilweise auch bei den Männern angesprochen. Und in dem Kontext muss ich sagen, dass wir, was die Spielbeobachtung angeht, was die Präzision angeht, wie wir die Daten analysieren, wie wir intern die Köpfe dann auch zusammenstecken, um schlussendlich hier einen starken Kader aufzubieten, dass der Prozess bei uns sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen sehr professionell ist und es da auch keine Bevorzugung geben darf, weil schlussendlich vertreten wir eine ganze Nation und nicht einen Verein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Faktor. Also wir nominieren unabhängig von Vereinszugehörigkeit, sondern wir nominieren nach Leistungsparametern, die wir für uns aufgestellt haben. Frank Hellmann. Ich hätte noch eine Frage an Juti und eine an Martina. Juti, gestern hat Inka Geringst eine recht interessante Pressekonferenz gegeben bei der Schweiz, die spielen ja heute. Hat er sinngemäß gesagt, dass auch die Nachwuchsarbeit in der Schweiz mittlerweile besser ist als in Deutschland und wenn sie darauf guckt, was in der Schweiz noch nachrückt an Talenten, wie die gefördert werden, wäre das auch durch die Struktur, hätte man auch für die nächsten Jahre sogar einen Vorteil in der Schweiz. Also muss man sich vom Nachwuchsbereich da Deutschland und auch bei den Frauen jetzt Sorgen machen. Zu den Männern hast du immer schon sehr viel gesagt. Und Martina, der Kollege von der FAZ hat dich ja gefragt nach dem Verbleib. Du hast gesagt, du bleibst hartnäckig oder stark. Ganz konkret, bleibst du auch Trainerin? Willst du auch Trainerin bleiben? Die Thematik zu unserer Ausbildung und Ausrichtung im Nachwuchsbereich ist eine Thematik, die mich persönlich ja schon seit längerem betrifft, beziehungsweise ich mich auch sehr intensiv mit den Themen befasse. Ich habe früher sehr stark konzeptionell den Sportdirektoren zugearbeitet, bin jetzt seit fünf Jahren selber in der Funktion, sowohl für den männlichen als auch für den weiblichen Bereich. Und der Hauptgrund war, dass wir das Projekt Zukunft männlich-weiblich aufgestellt haben, weil wir einfach Optimierungsbedarf genau in diesem Bereich gesehen haben und auch weiterhin sehen. Ich hatte es gestern ganz kurz auch erwähnt, dass wir natürlich erst vor unserer Haustür kehren und schauen, okay, wie sind die Prozesse, die Strukturen bei uns? Speziell jetzt im Frauenfußball ist es so, dass wir im Übergangsbereich in den Nationalmannschaften aus meiner Sicht nicht gut aufgestellt waren. Wir haben jetzt in den letzten Jahren die Trainerteams aufgestockt, wir haben mehr Hauptamtlichkeit eingeführt. Wir haben jetzt Gott sei Dank ab dieser Saison eine fest zugeteilte U20-Nationalmannschaft, um auch diesen Übergangsbereich und die internationale Spielpraxis aufzuzeigen. Wir haben gemeinsam mit dem Ausschuss für Frauen und Mädchen Fußball, gemeinsam mit unserer Vizepräsidentin Sabine Mamic, die B-Junioren in der Bundesliga sind wir angegangen, auch dort Strukturen angepasst, weil diese Liga für uns, und das haben Evaluationen schon vor vier, fünf Jahren gezeigt, keine geeignete Liga ist für die, ich sage jetzt mal, individuelle Weiterentwicklung von Spitzenspielerinnen. Das ist möglicherweise für den Breitensport ganz gut, aber ich bin für den Leistungsfußball auch bei uns verantwortlich und habe dieses Thema schon sehr, sehr früh gespielt. Zur Wahrheit gehört auch, dass unsere Mühlen leider zu langsam mahlen in Deutschland. Da ist die Schweiz uns voraus. Vielleicht natürlich auch die Tatsache, dass es eine kleinere Nation ist. Martina hat ja auch in der Schweiz gearbeitet. Da sind die Kommunikationswege einfacher, die Entscheidungsprozesse auch aus sportlicher Sicht einfacher, wenig sportpolitische Themen, die dann eine Rolle spielen, weil am Ende geht es um die Inhalte. Und dieses Gefühl hat man leider bei uns das ein oder andere Mal nicht. Da spielen andere Themen eine Rolle und das müssen wir in Deutschland verändern. Und wenn wir das nicht verändern, dann werden andere auf der linken Spur an uns vorbeifahren. Und dann sehen wir schlussendlich nur die Rücklichter. Und das zeichnet sich möglicherweise dann auch bei zukünftigen Turnieren ab. Das will ich jetzt für dieses Turnier gar nicht in Relation stellen, weil das eine hat da mit dem anderen im Moment vielleicht wenig zu tun. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir gute Strukturen haben. Und vor allem, und das ist auch wichtig, professionelle Strukturen in unserer Bundesliga und auch in der zweiten Liga zukünftig im Frauenfußball aufzeigen. Das fängt vom Schiedsrichterwesen an, geht über die Infrastruktur, geht über die Professionalität, geht über die Trainerausbildung. Wir haben sehr, sehr viele Facetten und auch Baustellen, die wir angehen müssen. Aber das wissen wir schon seit längerem. Und mein Wunsch ist es einfach, dass wir schneller in die Umsetzung kommen, damit wir zukünftig da auch keinen Aderlast mehr haben. Ja, zu deiner Frage an meine Person. Das Einfache ist, wenn es im Leben schwierig wird, wegzulaufen. Ich bin auch nie weggelaufen, wenn es schwierig geworden ist. Also habe ich weiterhin den festen Willen, zusammen mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen. Janik Sbeit. Eine Frage an Martina. In den letzten Jahren, Deutschland hat wenige Spiele gewonnen, nachdem sie das erste Gegentor kassiert hatten. War das ein Thema in der Vorbereitung? Und ja, warum denken Sie, dass es so ist? Ja, gute Frage. Da sind wir wieder bei der Psychologie. Ja, natürlich ist das generell ja auch ein Thema. Also wie versuchst du einen Teamprozess auch zu stärken, wenn es Herausforderungen und Widerstände gibt und Rückschläge gibt. Und 0-1 ist in der Regel immer etwas, was im Spiel ja was loslöst. Wir haben aber immer wieder auch gezeigt, dass wir zurückkommen können. Nach dem 0-2 auch unentschieden. Nur dann musst du eben auch gewisse Dinge über die Zeit bringen, an uns zu glauben, wenn wir ein Gegentor bekommen haben, dran zu bleiben und dann auch dementsprechend in so Leistung zurückzufinden. Aber auch das sind natürlich Erfahrungsprozesse, die einfach dazugehören. Bleibe ich dann bei mir? Treffe ich die einfachen Lösungen? Will ich was erzwingen? Oder schaffe ich es trotzdem, ja, im Spielkonzept zu bleiben, ruhig zu bleiben, präzise zu bleiben? Und das stellen wir ja auch fest, da haben wir noch große Unterschiede. Also es gibt auch dort schon Spielerinnen, die natürlich sich von sowas überhaupt nicht verrückt machen lassen und völlig bei sich bleiben. Und wir haben aber auch noch Spielerinnen in ihrem Prozess, die noch nicht so weit sind und die dann ja wieder Momente der Sicherheit brauchen. Und das besprechen wir auch. Also wir kennen ja auch die Spielerinnen in ihren Charakteren und ihren Prozessen schon sehr gut. Wie weit sind sie dort? Und dann versuchen wir natürlich ihnen auch Möglichkeiten zu geben, wie sie zurückfinden, um dann wieder stabile Leistungen zu bringen. Auch das gehört neben den spieltaktischen Ausrichtungen natürlich dazu. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu unterstützen. Wir kommen zu den letzten zwei Fragen. Martina Knief. Danke. Ich würde gerne noch mal eine Frage an den Joti stellen. Das vergangene Dreivierteljahr war ja sportlich betrachtet nicht das Beste für den DFB. Die Männer raus, die U21 als Titelverteidiger raus, die Frauen in der Vorrunde raus. Es waren so als Beobachterin oft so gleiche Parameter, so Leidenschaft und Wille. Das, was ich vorhin schon mal gefragt habe. Muss der DFB, sollte der DFB da auch weiter unten anfangen, um alle Nationalmannschaften wieder auf so ein Podest zu heben? Fehlt da vielleicht grundsätzlich irgendwas, wo auch der DFB mal sich hinterfragen sollte? Also wir hinterfragen uns ständig. Und wie gesagt, wir versuchen gewisse Prozesse und auch Erfahrungen aus den Turnieren zu nehmen. Wir hatten dieses Jahr auch erfolgreiche Momente. Wir haben leider im Elfmeterschießen mit unserer U19 jetzt gegen Spanien verloren. Wir sind dort Vize-Europameister. Mit unseren U17-Jungs sind wir Europameister geworden. Also es gibt auch Lichtblicke. Aber natürlich überschatten unsere großen Mannschaften dann auch diese Erfolge, die du dann möglicherweise im Jugendbereich erzielst. Schlussendlich geht es immer wieder um die gleiche Frage. Wir sind eine Fußballnation, eine Fußballnation, die einen hohen Anspruch hat. Wir haben ein hohes Ambitionsniveau an uns. Wir möchten, und das ist meine Zielsetzung zukünftig, dass wir in der Nachwuchsausbildung so gefestigt sind im deutschen Fußball, dass wir in der Spitze einfach eine bessere Breite haben, also einen besseren, breiteren Kader, um den Konkurrenzkampf auch innerhalb von Turnieren aufrecht zu erhalten und dort auch innerhalb der Trainingseinheiten zu setzen. Das ist aufgrund unserer Möglichkeiten einfach zu wenig, aus meiner Sicht. Und das ist nicht so, dass wir keine guten Fußballerinnen oder Fußballer haben, sondern ich finde, wir haben in der Spitze einfach zu wenig. Und daran müssen wir arbeiten. Und die Mentalitätsfrage ist eine, die hat uns in Deutschland früher ausgezeichnet. Das war unsere DNA. Damit haben wir eigentlich auch die Spiele gewonnen. Aber auch hier, wenn ich jetzt, Poppy ist mein Vorbild auch in der jetzigen Situation, in der wir waren. Sie hat Verantwortung übernommen und war diejenige, die nach zehn Minuten einfach mal in einen Zweikampf gegangen ist und alle versucht hat, wach zu rütteln. Und wir haben einzelne Spielerinnen und auch Spieler, die das übernehmen. Aber wir brauchen es im Kollektiv und wir brauchen da auch möglicherweise mehr Jungs und müssen vielleicht auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Themen angehen, die auch im Bereich der Leistungszentren möglicherweise einen anderen Schwerpunkt haben. Wir wollen ja jetzt auch im Frauenfußball die Förderleistungszentren etablieren und das sollte dann auch mitunter einen Schwerpunkt sein, weil ich glaube, dass die Persönlichkeit auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein kann, weil dann möglicherweise auch die mentale Fähigkeit der Siegeswille gewisse andere Fähigkeiten überstrahlen kann. Und wie gesagt, das haben wir früher in den Turnieren gezeigt und deswegen haben wir auch häufig erfolgreiche Turniere gespielt. Und das ist mitunter auch ein Ansatz, über den wir uns Gedanken machen müssen, definitiv. Und eine letzte Frage von Christopher Klein. Frau Vostreckenburg, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie emotional Lust haben, über das weitere WM-Turnier jetzt hier zu sprechen, auch da Sie dann morgen nach Hause fliegen und erst mal andere Themen auf der Agenda haben. Können Sie uns trotzdem sagen, was Sie vom weiteren Turnier vermuten, wie es sich entwickeln wird? Es gab so viele Überraschungen. Wer wird es aus Ihrer Sicht machen hier? Weiß ich nicht, wer es machen wird. Also das wird echt spannend, auch zu sehen, wie jetzt vielleicht Mannschaften, die in der Vorrunde gut performt haben, wie stabil sie das halten können und wie Mannschaften, die die Herausforderung hatten, vielleicht gerade genau auch aus diesen Herausforderungen eine Stärke entwickeln. Das wird sich zeigen, aber ich finde es gerade echt schwer zu sagen. Und klar muss man sehen, dass, glaube ich, Niederlande, England, aber jetzt spielt Schweden gegen den USA, was passiert mit Japan, die ja bisher, glaube ich, so das Stabilste an Performance gezeigt haben. Deshalb spannend, ja, auf jeden Fall, heute die ersten Spiele, die man sieht. Und ich würde mir aber jetzt gerade wirklich auch mit einer Prognose, wer wird diesen Titel gewinnen, ja, echt schwer tun. Glaube aber, dass trotzdem auch eine europäische Mannschaft, ja, das auch schaffen kann. Australien muss man jetzt auch sehen, da ist auch ganz viel Ballast, glaube ich, abgefallen. Das kann sich natürlich auch in ganz viel Stärke jetzt auch umwandeln. Das haben sie dann ja auch im letzten Spiel gezeigt. Also von daher schauen wir mal. Es sind sicherlich drei, vier Teams, die weiterhin berechtigterweise sagen, dass hier gehen wir durch, hier marschieren wir durch. Es gibt jetzt bestimmte Spielkonstellationen, die ein bisschen schwieriger sind. Es gibt andere, die ein bisschen einfacher sind. Dann bedanke ich mich bei unserer Bundestrainerin Martina Vostek-Lömburg und JT-Schatzia-Lexio und wir wünschen euch allen, Ihnen allen natürlich auch eine gute und sichere Heimreise zurück nach Deutschland und wir sehen uns bald. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.